Willkommen bei Setup is Setup, Folge Nummer 16, heute mit dem Setup von Lennart. Und wie immer geht's gleich nach dem Intro los. Als Monitor nutzt Lennart einen Asus-Monitor und rechts daneben einen Brother-Drucker. Als Peripherie, also Maus und Tastatur, nutzt er eine Razer Black Widow Chroma und eine Razer Death Adder Chroma. Also sehr solide Hardware, kann man auf jeden Fall nicht sagen. Das Soundsystem ist von Logitech, ein Xbox 360 Controller, passt zu Windows. Ich habe auch mal einen Packer-Controller ausprobiert, also der hat mir auch am besten gefallen. Ich habe mir den gleichen, aber in weiß geholt. Lieblingsfarbe, wie man erkennen kann. Und ansonsten noch ein AUNAMIC 900B, also das Mikrofon links im Bild. Unter dem Tisch sehen wir seinen Computer von HP und rechts daneben direkt das größte Problem, nämlich das Kabelmanagement. Da fangen wir am besten damit an, dass wir das Ganze einmal irgendwie schön verpacken. Das heißt, die Kabel am besten in den Mantel bündeln und das Netzteil unbedingt in eine Kabelbox stecken. Da sollte dir eine reichen, die so ungefähr 35 bis 40 Zentimeter lang ist. Also jetzt nicht die ganz großen, aber die kleinen könnten ein bisschen zu eng werden. Wobei ich sehe, dass du viele Stecker gar nicht nutzt. Das heißt, du könntest da auf eine kleinere Leiste umsteigen. Dann kannst du auch eine kleinere Box nehmen und das Ganze ist unauffälliger. Als Kabelbox würde ich die Calstell-Kabelbox in der Holzoptik nehmen. Die unten Gummifüße hat, das heißt, sie rutscht auch nicht weg. Die Holzoptik werden wir später noch öfter benutzen, weil Holz einfach so einen gemütlichen Charakter hat, den man bei den Fließen an der Wand ganz gut gebrauchen kann. Und ich denke mal, du willst jetzt nicht sämtliche Fließen von der Wand runterklopfen. Von daher schauen wir, dass wir das Ganze so ein bisschen kaschieren drumherum. Wenn du deinen jetzigen Mehrfachstecker behalten willst, die Box ist ungefähr 39 Zentimeter lang, sollte also eigentlich genug sein, falls du doch umsteigen willst auf einen kompakteren Mehrfachstecker, weil ja eben so viele Steckplätze gar nicht belegt sind. Die Box gibt es auch noch in kürzeren Versionen, das heißt, jeder Bedarf ist gedeckt. Zum Kabelmanagement auf dem Schreibtisch kann man eigentlich nicht viel sagen. Was ich noch machen würde, ist die Kabel vom AUNA-Mikrofon an deinem Mikrofonarm befestigen. Das heißt, einfach so relativ viel Kabel übrig lassen, dass du es halt noch bewegen kannst, aber dann einfach mit so drei, vier Kabelbindern an dem Arm entlang, dann wiegt sich das immer schön mit und hängt nicht so während der Gegend rum. Unten dann mit Cableclips oder je nachdem Kabelbindern am Tischbein entlang, dann hast du auch da schön alles gebündelt. Und jetzt der letzte Punkt, der zum Kabelmanagement gehört, wobei es eigentlich schon fast Umbau ist, eine Steckdose und zwar von Branson. Das Besondere an der Steckdose ist, sie hat oben zwei USB-Ports eingebaut und auf der Höhe ist es ja ideal, weil du einfach die Kabel einstecken kannst und dann runter zum Schreibtisch und da dein iPad und iPhone aufladen kannst. Und dann die Kabel wieder verstauen kannst. Umbau der Steckdose ist ein bisschen aufwendiger, ein bisschen komplizierter. Dafür ist die Steckdose an sich mit 15 Euro gar nicht mal so teuer und man hat eben einen guten Aspekt fürs Kabelmanagement gleich mit drin. Lass dir am besten helfen, außer du hast selbst so viel Erfahrung, dass du dir das zutraust. Aber dann nimm auf jeden Fall die Sicherung raus. Den Punkt Umbau überspringen wir bei deinem Setup einfach, weil es gar nichts gibt, was wir umbauen müssten. Von daher kommen wir gleich zum nächsten Punkt und zwar die Dekoration. Bei der Dekoration würde mir einfallen, dass wir so eine Holzbox, die nennt sich Munitionskiste, aber keine Ahnung, ist einfach eine Holzbox, die gut aussieht und so einen gemütlichen Charakter nochmal hat. Die könnten wir links neben deinem Monitor stellen. Da könntest du dann zum Beispiel die Lightning-Kabel vom iPad und iPhone reinräumen, wenn du es nicht auflädst. Ich verlinke sie dir unten. Sie heißt Munitionskiste T45, sehr kreativer Name. Aber die hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen mit dem bisschen so Used-Look, aber auch gemütlich. Und Holzoptik wollte ich auch nochmal aufgreifen, was wir aber gleich nochmal machen werden. Und ja, die fand ich ganz cool. Oben rechts im Bild sehen wir so eine Schräge in so braun. Und da hast du geschrieben, dein ganzes Setup steht unter der Treppe, also ist es vermutlich die Rückseite der Treppe. Und wenn du die so in einem Grauton streichst und dann auf die linke Seite neben deiner Holzkiste einen Scheinwerfer stellst, dann hast du so eine schöne Reflexion über die Rückseite von deinem Tisch, oben zur Treppe hin und dann zurück auf deinen Schreibtisch. Haben wir jetzt schon ein, zwei Mal bei Dachschränken gesehen, funktioniert hier aber auch 1A. Die Lampe ist so ein bisschen in Retro-Optik und diesmal von einem anderen Händler, nämlich Maison du Monde. Die Franzosen unter euch werden besser wissen, wie man es ausspricht. Aber die sind auf jeden Fall nicht schlecht, die Leuchten. Die habe ich mir auch schon mal in echt angeschaut. Da ist die Qualität für den Preis echt okay. Und das gibt eben nochmal so diese Gemütlichkeit dazu bei der Lampe. Als letzten Punkt bei der Beleuchtung würde ich noch die Neonröhre abmontieren, denn die hat so ein leicht, ja, klinisches Feeling. Sieht ein bisschen aus wie beim Metzger oder in so Obduktionsräumen. Hat Neonlicht in Verbindung mit Fliesen einfach, ist nicht ganz so behaglich. Und daran machst du dann Fassungen in so einer Länge von 3, 4, 5 Metern. Ist zwar ein bisschen lang, aber da kommt jetzt noch der Clou der Idee. Denn du nimmst so einen großen Holzbalken oder einen Ast mit so einem Durchmesser, darf schon ein bisschen dicker sein, und hängst den mit so einer Stahlkette an die Decke. Also links zwei Haken, rechts zwei Haken, je nachdem wie schwer er ist, vielleicht noch in der Mitte. Oben in die Decke rein, mit einer Stahlkette den Balken an die Decke. Und um diesen Balken wickelst du dann die Kabel so ein paar Mal auf. Also ich hoffe, man versteht das in der Zeichnung, was ich meine. Und das könntest du mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder auch nur drei Lampen machen. Dann hast du von oben noch eine schöne Beleuchtung. Und bei der Beleuchtung habe ich zwei Ideen. Du könntest entweder auf Nanoleaf setzen, weiß ich nicht, vielleicht schon mal gehört. Das ist so ein neumodischer Hersteller, die sind besonders auf YouTube jetzt bekanntlich ihre Aurora, diese Dreiecke mit der Beleuchtung. Oder eben auch mit ihren diamantartigen Lampen. Die bestehen auch aus so Polygonen, die habe ich euch, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Und die könntest du reinmachen und dann kannst du über Smart Home, also über Android, über Google oder HomeKit von Apple, die Lampen per Smartphone steuern. Oder du sagst zum Beispiel Philips Hue, ist interessant für dich, weil ihr vielleicht schon was davon habt. Und dann kannst du da farbige Glühbirnen reindrehen und dann alles per App steuern. Dann könntest du auch die Lampe hinten am Tisch durch so eine Philips Lampe ersetzen. Da gibt es ja auch diese halbrunden Scheinwerfer. Und dann könntest du dein Setup immer farblich einstellen. Ist aber ein bisschen kostspielig, von daher kannst du da auch ganz einfach nochmal die Glühbirnen. Glühbirnen nehmen und dich komplett frei austoben. Wenn du deinem Setup noch eine persönliche Note geben willst, könntest du auch hinter deinem Monitor über diese Holzkiste noch ein Bild hängen. Die von Justin Mellor finde ich nicht schlecht. Die haben auch farbliche Akzente, weil es bei dir ja eher ein bisschen kühl ist. Nenn vielleicht ein so ein knalliges Bild als Blickfang in die Ecke. Oder du sagst, du willst im Schwarz-Weiß-Look bleiben. Da kannst du dich austoben. Ich habe dir unten einfach mal verlinkt, was ich ganz cool finden würde. Aber bei Bildern ist man ja immer so komplett frei von allem. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt keine Hobbys oder Tendenzen erkannt auf deinem Setup. Von daher such dir was Schönes aus. Einfach nochmal so einen Blickfang, dass man auch gleich sieht, ah, das findet er cool. Cola, Mario, irgendwelche Spiele oder so eine Geschichte. So, das war Folge Nummer 16. Ich hoffe, es waren ein, zwei Tipps dabei. Auch für dich, Lennart. Vielleicht konntest du was umsetzen. Für alle, die sich mal gefragt haben, mit was ich denn alles aufnehme. Meine Kamera kennt die ja schon. Ein, zwei Zubehörsachen auch. Auf kit.com findet ihr alles verlinkt. Beziehungsweise auch nochmal eine Liste mit Setup-Gegenständen, die ich so als essentiell finde. Beziehungsweise auch so Highlights, Design-Highlights oder irgendwie Sachen, die es besonders einfach machen, alles zu organisieren. Einfach unten nachschauen, da findet ihr alles. Und in ein, zwei Wochen sollte auch passend zu der Kit-Seite nochmal ein Format kommen, Setup-Grade. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, was das vielleicht ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.